was geht ab liebe leute wie man unschwer erkennen kann immer noch scheiß wetter jetzt gehen wir erstmal in mcdonald's da essen wir was und danach gehen wir ins casino 5.30 dollar vollkommen okay so wir waren jetzt über eine stunde da drin ich habe ein bisschen plus gemacht und der victor leider ein bisschen minus aber naja was soll's ich habe mich selbst in seh ich habe mich selbst in seh ich habe mich selbst in seh was geht ab liebe leute wir haben schon den nächsten tag gestern haben wir noch ein bisschen getrunken auf unserem zimmer mit paar leuten und abends war noch bier pong hier mal ein kurzer ausschnitt die engländerin hat uns gestern auch noch verlassen von der habe ich mich auch noch verabschiedet jetzt sind wir gerade beim atm und schauen mal ob unser geld schon drauf ist hoffen wir mal sonst sind wir pleite so das geld war drauf wir müssen nicht verhungern schon mal sehr gut was heute ansteht keine ahnung die anderen wollen vielleicht ein bisschen gun kaufen dann feiern wir heute abend wieder und sonst keine ahnung man sieht sich später so ich habe jetzt den kanal übernommen übernahme von frederick mühle zum ersten mal am gun trinken schmeckt naja mein travel mate der sitz da oben der luca und ja der gun schmeckt viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen also meldet sich später irgendjemand wieder ich habe mich in der spritz ich habe mich in der spritz Was geht ab, liebe Leute? Zum Frühstück gibt es jetzt erstmal Pizza Hut. Heute Mittag gehen wir wahrscheinlich zum Strand und heute Abend gibt es das White Night in Melbourne. Jetzt wird das viel los. Das war's für heute Abend. 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 Ja. 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 Ja.